Hier sind wir in Black Ops 2 Wir werden mega sacken Oh yes, oh yes Oh, das sieht auf den FPS zu her echt okay aus So, Alter, oh, 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 Alter, ich... Oh, oh, Alter, ich hab mega die CS-Steuerung am Start Das ist so... Ja, hier musst du komplett anders benutzen zu essen Es ist normal, dass man hier kein Hüftfeuerkreuz hat, ne? Ne Hat man nicht Alter, yo Jetzt mal ein Doppel-Shot Ich glaube... Na? Ich werde erstmal mega lutschen Geil Das kommt schon noch Oh, mein Mates hat uns ja gefetzt Mach mal nochmal diesen Hinlegalysprung Rennen und dann Steuerung Oder wo auch immer du Hinlegen hast Oh, das ist irgendwie hammer-komisch, ey Nice Nice 4-3, noch sieht's gut aus, aber gleich werde ich übelst absacken Wie es immer so ist Tja Oh mein Gott Ich bin echt... Out of that game, Alter Ich bin echt... Out of that game, Alter Oh... So ein Penner Hallo Gerade eben zum Glück wieder hinge... Alter Boah, der Double Kill doch Oh... Oh mein Gott Oh, pass auf Alles noch so neu für mich Boah, wie schnell die sind, ey Geist's... Was? Ne, ist halt... Kein CS, ne? Ja Der wird fix rumgeräumt Vor allem der HC, weißt du? Boah, lol, ey Das ist aber frustrierend, ey Feindlicher Todbringer läuft warm Alter, wie ich... Nur umgera... Alter, was stimmt denn mit dem nicht? Wie schnell muss man sein eigentlich? Oh, mate, Alter, kill der mich Ja, sorry, bist du ein Held Alter, chillt mal euer Leben, ey Alter, jetzt weißt du, warum ich diese... Diese ganzen kleinen CS-Kinder übel zu... Immer am Ausrasten sind, ey Ich spiel fuck mega ab, ey Boah, ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir CS spielen 3-9 läuft, ey War das so am Anfang auch bei dir aus, als du wieder angefangen hast? Hm, ja, schon, aber nicht so schlecht Nicht so schlecht Hallo, wie kann's denn nur nicht so schlecht sein? Das ist... ich wird's schwer gerade Ich glaub das erste Video, oder das zweite, was sich... Das zweite Match ist, hab ich auch sogar hochgeladen Ja Joot War... Ich hab mich mit dem Auto-Ül-Sack geschützt Alter... Alter, 4-12 läuft, läuft Ich seh auch gerade die ganze Zeit nur den einen Gegner Was ist denn mit dem kaputt? Ey, das kann man manchmal gar nicht angehen, das ist echt so, als hätten die Warhack an oder so... Quatsch Ey Ey Es gibt hier nur 3 Wege Es gibt hier nur 3 Wege Das ist aber krass Und hier kannst du deine Maus-Einstellung auch höher machen und dann... Ja, mit der App bin ich eigentlich echt zufrieden Ja, aber... Du kannst halt... COD ist schneller als... CS Ja, die ist hier aber auch höher Ich hab hier ne höhere... DPI-Zugmann grundsätzlich Oh, fuck Schade Schnubidubi Schubidu Ich lieb dich so wie du What? Ja, Leute, nicht sehr erfolgreich, aber... Es werden weitere Folgen 32,5 32,5